Hallo liebe Leute, WeSave TV meldet sich heute aus Wilmersdorf nahe dem Prager Platz. Wir stehen vor dem Musikpub Brickenbackers und sind verabredet mit dem rasenden Reporter des RBB, Uli Zelle. Aber heute ist er nicht als solcher hier, sondern als Sänger seiner Band Uli und die Grauen Zellen. Wir sehen das Plakat im Hintergrund und wir sehen sein T-Shirt. Da steht nämlich drauf, Saving TV. Also er ist heute auch als Botschafter hier und hat einige Grüße an euch. Ich würde sagen, eine dreieinhalb Millionen Stadt wie Berlin hat mindestens dreieinhalb super Vereine verdient. Und dazu gehört auf jeden Fall TB. Ein Traditionsverein. Ein Verein, mit dem nicht nur gute Spiele verbunden sind, sondern auch große Namen. Ob Gänzchen, Rosenthal oder Frank-Schöwe. Und TB gehört zu Berlin. Das ist keine Ost-West-Sache. TB ist ein Verein für ganz Berlin. Also mach das Momsenstadion wieder voll. Bring TB nach oben. Fünfte, vierte, dritte, zweite. Wer weiß, vielleicht irgendwann mal in die erste Bundesliga. Also, go for TB. Tausend Dank, Uli Zelle. Gern geschehen. . Das war's für heute. 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 Das war's für heute.